und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu lego star wars die skywalker saga ja die steinchen hätten wir natürlich jetzt noch am ende mit reinnehmen können op rolle flossen weg polo flower fisch alle herausforderungen ja ich habe keine ahnung was das für herausforderungen waren aber nur mini kids haben wir einen oder hast du da was zusammengebaut war das und die mini kids habe ich zwei abgeschossen eben und eins und so mit dem abschluss von der ersten episode heißen wir euch dann herzlich willkommen sollten wir vielleicht beim nächsten mal etwas besser teilen mit kaiber steinen die ich gerade nicht sehe kannst du deine fähigkeiten verbessern öffne nun mithilfe von deinen holoprojekte und geht zum verbesserungsmenü das war nicht das verbessern muss okay ach so drücke du willst dich bewegen aber kannst nichts machen weil du irgendwo eingefroren bist halte a gedrückt ich mache einfach jetzt alles was mir sagen so jetzt habe ich was verkauft natürlich die verbesserung wurde aktiviert wenn du weitere kalber steine und steinchen gesammelt hast kannst du von hier aus weitere stufen des schnellen sprints und andere verbesserungen freischalten ok aber das müsstest du ja theoretisch auch bekommen ja so komme ich wieder raus ok wie ist das menü war anders das ist da wo es immer ist linke taste warum guckst du mir nicht ich dachte ich muss auch was verbessern ne wir spielen noch zusammen ich will aber nicht das ist wie in der ehe was dir gehört gehört mir und was mir gehört gehört auch auch die jaja genau so warte mal da zählt aber gerade was runter hier wieso bin ich jetzt ja ja ich will ich will ich bin cha cha bing ich bin cha cha bing drück mal oben oben links glaube ich nein ich will nicht mehr drücken doch drück drück drückse oben links du sie da du sie da hallo oben links drücken ha ich bin wieder ich aber ich glaube es ach so wir sollten sie ja eigentlich retten deshalb bin ich ja auch in der geschichte hier ne du musst noch drücken hallo jetzt ja ich bin schon weggelaufen aber der ging nicht schnell genug weg der ist dann ja noch ein zweimal am nachschlagen in dem moment da hinten müssen wir rum ja ich kann schnell laufen kannst du das jetzt auch also mit der steuerung nach oben einfach weiter halten kein thema ignorieren was einfach halten ja ich weiß nicht was für eine steuerung nach oben hält es können die laufsteuerung ja aber da kann ich nicht mehr schnell auf uns ich nehme an sie bringen sie zu ihrem schiff Oh TU Hilfe Hilf mir Hilfe Hilfe Ja immer den Dingern hinterher Ja Sind wir jetzt in Sicherheit Ja Ich habe euch gerettet Der lleguerster ist ja immer noch nicht da Musst du den so grob anpacken? Was sagt das denn? Ich weiß nicht, die Königin bist du auch. Psst, aber wir spoilern dich. Machen wir das denn? Was wir gesagt haben, wenn wir Resident Evil geguckt haben, gucken wir dann nochmal alles da, wo es fliegt. Ich dachte, vorher. Nie, vorher, dann können wir ja gar nicht gucken. Ach, da hinten. Ah. Nein! Was geht's? Hör auf, mich jemand zu bewerben. Na, da hinten schießt doch noch einer. Wo? Was? Los. Ach, bei dir ist noch einer. Warte mal. Ja. Aber der will, der zeigt mir mal Y an. Keine Ahnung, was du mit Y machen kannst. Das geht nicht bei mir. Hallo. Hi. Ja, ja, komm. Wie läuft die denn? Wie ist es bei Fuß? Hat die, äh, hat die einen Putzroboter als Kleid? Ja, das ist nicht zu Hause. Oh, wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wo seid ihr Schweine? Ja, wo sind die jetzt mal? Ohne Scheiß. Habst du doch gerade gekillt? Die waren ja im Gang. Die Teile sind viel hier. Nein! Ah, er hat mich getötet! Du Schwein! Verreckt! Ich hab den blauen haben. Ich weiß aber schon, dass du unsere Punkte damit perfekt machst. Ja, das war keine Absicht. Guck mal, ich hab dich befreit. Okay, warst du befreit. Wie hinnig. Fang die Königin. Fang die Königin. Ich gucke mich hier immer da drum, schön Pilots zu kriegen, damit wir auch mal was kaufen können. Und wie machst du mir das alles wieder kaputt? Gehen du mich kaputt machen? Oh, du schaffst das schon, ne? Was machst du denn da? Er hat mir ein Leben geholt. Was ich ein bisschen, ich wollte gerade sagen, was ich ein bisschen blöd finde, dass ich hier nicht dieses Herzsystem mit den Leben mache. Doch, haben sie doch. Ich tu mir ja andauernd welche. Deshalb fär ich mich ja nicht so oft. Ja, das ist das erste Mal, dass ich jetzt überhaupt sehe, dass dein Herz ist. Also die spawnen nur andauernd. Du musst die schnell nehmen. Ja, aber das Problem ist, was bringt ihr das eigentlich nur zum Heiligen? Nein, dein Leben. Du heilst dich damit. Wo sind die? Da. Kommt ihr auch mal, Leute? Hallo? Kommt der jetzt mal mit? Du sollst hier nicht einen auf Wischroboter machen. Du sollst kommen. Komm, Bings. Bei Fuß. Nein. Denk gar nicht drüber nach. Kannst mich mal. Ja. Hallo? Oh, da ist ja gar keiner drin. Oh, nein. Sind die alle weg? Ja. Entschuldigung, Jar Jar. Hi. Oh, warte mal. Was habe ich jetzt gemacht? Grundlagenfähigkeit? Was, 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 was? Sammelgegenstände, Steinchen, Minikids, Schiffe? Hä? Hier kannst du Kot eingeben bei der. Hä? Ich komme mal mit euch mit. Wir sind doch gar nicht hier mitgeflogen. Wir haben ihn doch gefunden. Da ist die Blockade. Der Schildgenerator wurde getroffen. Wir haben wieder Energie. Der kleine Druide hat es geschafft. Er tru-detru. Wir haben nicht genug Energie. Der Hyperantrieb hat ein Leck. Ha. Ähm. Tiermeister. Tatooine. Er ist klein, abgelegen und arm. Die Föderation hat dort keinen Einfluss. Oh Gott, nein! Tatooine, sagst du? Irgendwelche Vorschläge, wo wir landen sollen? Am ehesten können wir die benötigten Teile im Raumhafen Mos Espaar finden. Dann auf nach Mos Espaar. Aber lande ein wenig außerhalb. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Wo ist das? Aber wieso ist das nicht das zweites Ding? Wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Wissen wirs über den Planeten? Wartet! Ihre Hoheit befiehlt, dass ich mit euch komme. Sie will mehr über diesen Planeten erfahren. Wer sind du sie denn? Ich bin Padme, eine Dienerin der Königin. Das ist kein guter Gedanke. Aber wenn die Königin es wünscht... Also gut, wir müssen jemanden finden, der die Teile verkauft wird. Wieso bin ich jetzt der kleine Druide? Wie, du bist der Druide? Dann bin ich der Padme. Ja, vor allen Dingen, warum bist du nicht du? Du bist doch gar nicht beim Schiff geblieben, oder? Hi! Dich kennen wir doch! Können wir dich auch spielen? Du machst denen Angst, die laufen ja alle total und setzt weg. Ich bin doch eine Frau, die machen immer Angst. Aua! Hecker! Da müssen wir jetzt hin, ich sehe das Ding gar nicht mehr. Das ist jetzt wieder dieser Bereich der Open World, denke ich mal. Das geht irgendwie alles so fließend ineinander über und dann ist man total verwirrt und war es gar nicht mal gut. Du musst doch nur den Stein folgen. Ja, aber die sehe ich ja nicht mehr. Ich habe einen gefunden, der Typ, mit dem wir nicht reden. Du lasst mich raten. Ihr sucht Schiffsteile? Na klar, jeder tut das. Dann solltet ihr zu Watto gehen. Sein Laden ist am anderen Ende der Stadt. Hast du gehört? Wir sollen zum Watto gehen. Ja. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Am anderen Ende der Stadt. Hi. Mit dir kann ich nicht reden. Das ist gut. Ah! Das ist doch hier, oder nicht? Da ist dieses Arschloch hier, dieser Hai. Mit dir kann ich aber nicht reden. Das ist doch dieser, der den quasi versklavt hat da. Hä? Ja, der. Da war ich doch gerade. Oder war das ein anderer? Anakim. Das Preisgeld wäre mehr als genug für ihre Ersatzteile. Die Macht ist ungewöhnlich stark in ihm. So viel steht fest. Er hat etwas Besseres verdient als ein Sklaven-Dasein. Der Junge erzählt mir, ihr wollt ihn in dem Rennen sponsern. Ich habe einen Pott bei einer Wette gewonnen. Ich setze meinen nagelneuen Pott gegen den Jungen und seine Mutter. Kein Pottrenner ist zwei Sklaven mehr. Dann nur der Junge. Abgemacht. Wenn das alles ist, sollten wir zur Arena gehen und den jungen Anakin für das Rennen anmelden. Ach, du läufst! Ich denke, was klackert hier die ganze Zeit so. Aha, ich bin schneller. Aber ich kann hüpfen. Das sieht ja dunkel aus. Warte mal, ich mache schon mal die Ersatzteile von den anderen kaputt. Dann können die gleich nicht fliegen. Warte, kann ich mit dir reden? Und warum hat es sich noch keiner unter den Nagel gerissen? Keine Ahnung. Gibst du es mir? Ich habe ein Gerücht freigeschaltet. Ich weiß nicht, was das ist, aber... Ich weiß zwar, was ein Gerücht ist, aber... Oh, hier auf mich. Guten Tag. Ach! Ich dachte... Ich dachte, die hat so eine große... So eine Hochversur. Ne, egal. Guck mal, hier ist... Warte mal. Guck mal, das kannst du es hochheben. Genau, dahinter ist was. Nein, ist nichts. Oh, bist du doof! Ich weiß. Aber wieso kann man das... Irgendwas kann man damit machen? Ja, die hochheben. Wahrscheinlich kann man da oben... Ne, da oben ist was wahrscheinlich. Kannst du mich da hoch teleportieren? Ne, ich bin jetzt gerade ganz vorhanden. Du bist schlimm. Nein. Mit dir kann man überhaupt nicht spielen oder was. Du bist nicht... Du bist nicht spielfähig. Doch, wir machen mal einen privaten Account. Da laufen wir einfach nur dumm rum. Nein. Warte mal, kann man hier irgendwas... Ah, ist jetzt los. Hallo. Jetzt geht's. Guck mal, ich hab die Fahne gehisst. Ha! Was ist mit dir? Du schüttelst so... Komisch den Kopf. Entschuldigung. Jetzt noch eine. Entschuldigung, wollte ich nicht. Aber ich kann nur die eine Fahne hier machen. Warte mal, hier kann doch auch... Ah, 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 ah. Da! Willst du das mal machen hier rechts? Das kann ich nicht machen. Ich bin kein Jedi. Ja, du kannst ja wohl greifen. Stell dich mal da hin. Versuch mal zu greifen. Das geht nicht. Nein, geht nicht. Von der anderen Seite. Da. Nein, ich kann nicht greifen. Ich hab so kleine Hände. Nein, ich bin ein Mädchen. Ich kann nicht ein Mädchen machen. Ha! So, ich hab jetzt die Flangen gehisst. Gibt es jetzt noch... Nein, du hast nur eine gehisst. Die andere hab ich gehisst. Nein! Du sollst nicht aufsetzen. Panik! Ja, ja. Lauf! Verbreite Panik! Verbreitet ja super Panik hier. Hier gibt's irgendwas. Dann müssen wir weiter. Nein! Nein, kein Rennen! Okay. Nein! Nein! Das ist nun da. Das ist absolut richtig. Und viele Zuschauer von allen Ecken und Enden des Autoprems. For Granny Champion to Pizzolito Sabalba! Eine Nachmeldung! Der junge Anakin Skywalker! Ein Junge aus der Gingem! Vergiss nie. Konzentrier dich auf den Moment. Fühlen. Nicht denken. Nutze dein Instinkt. Mach ich. Möge die Macht mit dir sein. Also ich hoffe, dass er das niemals hört oder von dir gesagt bekommt. Aber warum muss ich immer an Nils denken, wenn ich den Kleinen sehe? Schlachtflut! Baskamania! Und dafür Skyward! Au! Warte mal. Bist du jetzt einzeln am Fahren? Hallo. Jetzt geht es in die Pirxmeter. Wir fahren einzeln, ne? Ich kann aber nicht schießen. Oh, oh. Würge die Macht mit mir sein. Vielleicht auch mit dir. Oh, der ist so weit rechts gefahren. Da sollte ich aber anscheinend nicht hin. Wieso bist du jetzt vor mir? Hallo? Scheiße. Ich weiß noch gar nicht, wohin? Ah! Oh, da war das Ding. Ich hab's gesehen. Was ist für ein Ding? Aua. Ach so, die darf man kaputt machen. Komm her. Cool. Cool. Die Macht ist mit mir. Sie ist stark in mir. Oh Gott, ist das scheiße. Ja, ne? Das ist so, man hat überhaupt gar kein Gefühl für irgendwie. Nein. Nein. Ah, nein. Habe ich das jetzt eingesammelt? Scheiße. Ich glaube nicht. Nein, warum fährt der so rüber? Da war so ein Ding zum Einsammeln. Auf der rechten Seite. Ja, alles klar. Da darfst du jetzt nicht gegenfahren. Oh Mann, ey. Ich war so scheiße gerade. Okay. Also ich fliege. Vielleicht liegt's da dran. Na, boll, warum bin ich jetzt unten her? Nein, da war schon wieder eins. Scheiße. Ich hab ein Minikit gekriegt. Das ist auf der rechten Seite, auf der linken Seite. Also kurz nach dem Start oder kurz vor dem Start? Nach dem Start. Dann ist noch kurz davor oder so ist noch eins auf der linken Seite. Wo die Tribüne ist auf der linken Seite dann. Oh Mann, warum fahr ich eben? Oh Mann. Wow, das ist schon besser. Wie, das ist schon besser. Juhu. Das waren die Bösen. Du darfst nicht gegenfahren. Fliege mich jetzt. Wenn du die Tribüne siehst, da musst du dich direkt links halten. Das ganz außen ist da Medipack. Scheiße, ich komm hier mal hin. Gewonnen. Oder? Haben wir nicht gewonnen? Ja, wir gewinnen doch nicht. Doch, wir haben gewonnen. Doch, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen mit Uteni. Ihr habt gewusst, dass der Junge gewinnt. Irgendwie habt ihr es gewusst. Bring die Ersatzteile zum Haupthangar. Ich komme später in euren Laden, dann könnt ihr mir den Jungen übergeben. Mom, guck mal, das viele Geld. Jetzt kannst du dir deine Träume erfüllen, Annie. Pack deine Sachen. Wir haben nicht viel Zeit. Yippie! Wird er ein Jedi werden? Ja. Aber was ist mit Mom? Annie, mein Platz ist hier. Es ist an der Zeit, für dich loszulassen. Ich werde wiederkommen und dich befreien, Mom. Das verspreche ich. Oh, Master Anakin. Ich würde es vorziehen, wenn ich ein wenig kompletter wäre. Tut mir leid, dass du nicht fertig geworden bist, 3PO. Mach's gut. Oh, meine Güte. Hallo? Geht's noch? Du musst fortfahren. Ist doch schon. Nein! Das sind kein wahrer Jedi. Ja, weil du nichts einsammelst. Ich musste immer alles machen. Ich habe was zusammengebaut, zwei Sachen. Boah, wollt ihr mich? Ey, es ist nicht euer Ernst. Ja, wir waren so schlecht im Rennen. Minikids habe ich eins gesammelt. Oder zwei haben wir, ne? Ah ja, ich weiß nicht, ob der das eine überhaupt eingesammelt hat. Deswegen... Also eins habe ich bei mir eingesammelt. Aber davor habe ich halt keins gehabt. Anakin ist freigeschaltet. Der kann zwar nichts, aber egal. Und C3PO. Ist das der ganze oder nur der Kopf? Ne, nur der kaputte noch. Der noch nicht gültende. Anakin, wir müssen weg von Tatooine. Schnell zurück zum Schiff. Guck mal, ich sprich sogar. So, wenn wir jetzt mal die Klappe halten würden, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen ganz tollen, kleinen, schnellen Cut machen. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Vorausgesetzt, der EP dreht ja nicht im Rad, nur weil seine Ohren jetzt überdimensional lang geworden sind. Ich werde dann nochmal mit ihm reden, wenn wir offline sind. Und dann mal schauen, ob er danach sein Gehirn wiedergefunden hat, nach der ganzen Aktion hat. Hallo. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ich bin irgendwie besoffen. Ich bin irgendwie besoffen.